So Leute, weiter geht es mit einer neuen Folge Dying Light. Wir spielen natürlich immer noch die Preview Beta Alpha Demo und sehr viele Leute da draußen wollen noch ein bisschen mehr von der Demo sehen und ich will natürlich auch noch ein bisschen mehr sehen und deswegen schauen wir uns hier noch ein bisschen um. So, ich will hier drüben hin, denn ich habe eben gerade meinen ganzen Kaffee abgestoßen und jetzt schauen wir mal, was haben wir hier schönes. Neuen Entwurf. Joa, könnte man mitnehmen. Ein Baseballschläger. Ich will den Schläger. Den nehmen wir mit. Oh, hier unten. Die simple Hacke. Oh, die hätte ich so gerne, aber ich bin noch nicht hoch genug gelevelt. Deswegen muss ich hier noch ein bisschen weiterspielen und wir nehmen den Entwurf mit. Mull. Ein bisschen Mull wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Nehme ich mir auch noch mit. So viel Geld habe ich gar nicht. Die Sachen hier sind schweineteuer. Nicht wahr, Kumpel? Schweineteuer sind die Sachen hier. Alles klar, gehen wir nach unten. Okay, leider keine neuen Nebenmissionen. Wäre schon irgendwie cool, wenn hier noch ein paar Nebenmissionen auftauchen würden, aber ich denke eher nicht. Und einen Franzose bekomme ich auch noch. Ah, ich will da eine Knarre. Also eine Schusswaffe will ich unbedingt hier drin noch sehen. Das wäre so geil, wenn ich noch eine finden würde. Nun gut, hier bin ich und... Moment, wir müssen noch die Waffe auswählen. Habe ich hier irgendwas Neues? Ne, leider nicht. Entwürfe. Mhm. Wir nehmen jetzt hier mal den Baseballschläger. Die Waffe ist sogar lila. Oh, oh, der tut bestimmt verdammt weh. Der gute alte Basie. Könnt ihr euch ein Leben ohne Basie vorstellen? Ich nicht. So, was machen wir jetzt? Wo gehen wir hin? Ich habe ja einige Kommentare gelesen und irgendjemand hat mir geschrieben, dass es hier wohl noch ein Gebiet gibt, wo man in einen Tunnel gehen kann. Und dort sollen wirklich die krassesten Zombie-Mutanten überhaupt zu sehen sein. Und da würde ich gerne mal hin. Boah, mies durch die Tür geflogen. Er ist mir mit dem Baseballschläger auf den Schädel gegeben. Ich glaube, der hier ist richtig gut. Den sparen wir uns. Den sparen wir uns für die extremen Notfälle. Wenn die richtig asozialen Zombies kommen, dann hole ich asozial meinen Basie raus. Bam. Und mach den miesen Dropkick. Ah, komm schon. Krepier. So, Schädel runter. So muss das und nicht anders. So, dein Bargeld nehme ich mit. Hier drüben ist noch ein bisschen Müll. Natürlich immer wieder gerne durchwühle ich hier den Müll und wir schauen mal. Die nächste Basis hier. Hier oben. Ja, gehen wir hier hin. Rennen wir direkt hier nach oben und dann werde ich natürlich diesen Tunnel suchen. Hey, dieses Far Cry Kletterseil. Wahnsinn. Dass sich das so eingebürgert hat. Sobald man es sieht, weiß man, dass man klettern kann. schon irgendwie sehr interessant. Wie so ein Seil das Spiel prägt. Oh, der Schlagstock hier ist gar nicht mal so übel. Ich würde gerne mal ein Messer finden, damit ich hier Körperteile abtrennen kann. Das fehlt mir so ein bisschen. Oh, hier drüben irgendein Event. Ein cooles Event. Da muss ich ganz schnell hin. Irgendjemand braucht hier meine Hilfe. Der ist oben. Wer bist du? Wahrscheinlich ein Händler, oder? Oder was bist du hier? Zuhause gehen nach den Entzuchen, die nicht krank waren. Also haben wir an die Türen geklopft und manchmal hörten wir eine menschliche Stimme. Und dann sind wir rein. Aber es waren Kranke, tobende Irre. Nur ihre Stimmen klangen täuschend normal. Manche von ihnen waren nicht allein. Die Anzüge sind ziemlich robust. PVC mit verstärkter, zweischichtiger Polyphase-Einlage. Wir dachten, wir wären sicher. Aber die Beißer haben sich da einfach durchgebissen. Ab und zu sehe ich alte Teamkameraden rumschlaufen. Echt deprimierend, sie so zu sehen. Aber weißt du, was lustig ist? Sie sind jetzt Beißer. Aber sie können gar nicht zubeißen. Sie sind so doof, um die Masken abzunehmen. Ehrlich, das Ganze ist wirklich ziemlich abgefahren. Okay, Bob. Okay, nette Story. Aber was soll ich dazu sagen? Erstmal hier Nüsse. Bob, ich nehme deine Nüsse. Okay, ist das cool? Kann ich mir deine Nüsse nehmen, Bob? Ich habe sie schon genommen. Ja, haben wir auch schon gehört, dass die irgendwie wie normale Menschen gerufen haben. Und am Ende waren es Zombies. Am Ende waren es wirklich Zombies. Anscheinend haben die irgendeine Fähigkeit, uns ahnungslose Vollidioten anzulocken. Damit wir denken, hier drüben sind noch Menschen. Dann öffnen wir die Türen, werden selber gegessen. Na, Moment. Oh. Mittel und dennoch so schwer. No. Ich habe nur noch einen. Ich habe keinen Punkt gefunden, was jetzt hier gut wäre. Ey, das kann doch nicht sein. Gut. Die Show ist vorbei. Ich muss neue machen. Aber jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen. Na komm, wir machen direkt hier mal eine Doppelladung. So, Medikits kann ich auch herstellen, wenn ich will. Irgendwo hier muss es sein. Und. Yes. Und es gibt die mega krasse Belohnung. Eine lilane Waffe. Der lilane Franzose. Kann ich ihn überhaupt verwenden? Oder hat er der schlechtere Werte? Was ist denn das schon wieder? Irgendwas habe ich doch eben gerade gehört. Irgend so ein Schleifen. Ein sehr verdächtiges Schleifen. Rennt hier etwa so ein Dicker rum? Okay, wir rennen hier mal cool über die Dächer. Bam. Und zack. Gegen mich hast du keine Chance. Jetzt geh aus dem Weg. Boah, wenn ich hier dagegen werfe. Moment, Moment. Die Alte kommt hier hoch. Wenn ich hier dagegen werfe. Explodiert das? Nein, es explodiert nicht, weil ich einen Zombie getroffen habe. Moment, noch ein Versuch. Ey. Jetzt rennt mir doch nicht immer hier im Weg rum. Ihr dämlichen Zombies. Hab ich ihm gerade Schaden genommen? Oh, da hinten ist so ein großer. Da hinten ist so ein großer Moment. Ich muss erst mal die Kleinen töten. Du Vollidiot. Schaut mich hier die ganze Zeit dämlich an. Kriegt irgendwie gar nichts auf die Reihe. War das eben gerade ein Schuss? Was zur Hölle? Wurde ich eben gerade angeschossen? Kann das sein, dass ich eben gerade angeschossen wurde? Oh. Uh. Da brennt die Alte. Aber natürlich. Sie lebt immer noch weiter. Ich wurde doch eben gerade angeschossen, oder? War da eben gerade irgendwo ein Zombie mit einer Knarre? Es hat sich angefühlt wie ein Schuss. Moment. Moment, Moment, Moment. Metallteile sind super wichtig. Die brauche ich unbedingt. So, ähm, Geld. Geld. Aber ich will doch eigentlich... Oh, Kacke! Weg mit dir! Ich will doch eigentlich hier meinen Knüppel wieder. Okay, keine Ahnung, was das eben gerade war. Aber ich wurde von irgendwas getroffen. Irgendwas hat mich hier eben gerade böse getroffen. Hm. Ah, Moment. Ich will looten, aber die Türen hier blockieren den Weg. Für mich und für die Zombies. Gleichermaßen wird hier blockiert. Hartes blockieren. Erstmal hier noch ein Dropkick. Ich muss erstmal so ein bisschen hier die Gegend säubern. Und dann hole ich mir den. Ah, gehen wir hier drüben hin. Das war ein schöner Schlag. Okay, hier kommen immer mehr. Ich glaube, hier werde ich keine Ruhe bekommen. Gehen wir mal hier drüben hin. Suchen den Knüppel. Dann verpieseln wir uns. Denn ich wollte ja eigentlich die Station holen. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Okay, du willst es wissen. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich bombardiere dich hier. Tja, wenn der Hammer zu groß ist, was? Lass mir so einen Dropkick. Wow, 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 wow. Easy, Bro. Easy. Da brennen schon die Zombies. Lass mir wieder den Dropkick. Tja, gegen den kannst du nichts machen. Die alten Ringer-Moves. Bams. Bams. Ey, das ist richtig cool. Der Typ kann hier eigentlich gar nicht zuhauen. Oh, oh, oh. Alter, hat dir mir eine gezimmert. Okay, ich nehme alles zurück. Du kannst zuhauen. Du bist fähig, mein Freund. Du bist fähig. Aber dennoch werde ich dich töten. Boah, das gibt Punkte. Das gibt richtig gut Punkte, den hier zu treffen. Der Basie hat gewonnen. Aber deine Keule nehme ich mit. So, Moment. Drop. Okay, okay, okay. Ich habe hier wieder alles dabei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mal wieder so ein Dicken erledigt. Mann, 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 Mann. Kann ich jetzt eigentlich da einen Schädel einschlagen? Ah, irgendwie hält der Schädel verdammt viel aus. Der hält wirklich verdammt viel aus, dieser Schädel. Okay, hier komme ich nicht hoch. Schade, schade, schade. Aber vielleicht hier drüben. Okay, ich muss hier gar nicht hoch. Oh! Das tut weh. Das tut weh. Was haben wir hier oben? Ist das irgendwas hier vorne? Nee. Ich dachte schon, wir hätten hier irgendwas Cooles. So, die Basis. Da drüben ist sie. Dropkick des Todes. Immer wieder gerne. Also Zombies schlachten macht schon irgendwie Laune. Gut. Ich bin auch bald wieder Level up. So lange dauert es hier gar nicht mehr. Okay, die Basis ist irgendwo oben. Klettern wir mal hoch. Ah, komm. Ich kann mich hier drüben nicht festhalten. Irgendwie mies. Irgendwie richtig mies. Kann ich hier wenigstens rein? Denn unter mir sammeln sich schon wieder die Zombies. Okay, wie weit muss man denn hier nach oben gehen? Jetzt bin ich richtig. Und hier sind auch die richtigen Zombies. So. Wow, 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 wow. Ey, was war denn das? Das hat sich eben gerade angefühlt wie so ein Maschinengewehr von hinten. Was war das eben gerade? Boah, das war ein Hieb. Okay, Moment. Die Sicherungen müssen rein. Na, wo seid ihr denn? Weiter oben? Okay, Jungs. Moment, ich komme hoch. Ich komme zu euch. Na, Mist daneben. Warte, warte. Ich muss mich hier ein bisschen erholen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Und bam. Boah, die Keule hier ist richtig gut. Wow, 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 wow. Entspann dich. Okay, wir haben das nächste Ding hier. Und beinahe den nächsten Rang. Lange wird es nicht mehr dauern. Alles klar, hier unten sind neue Fallen. So, wenn ich ein Tunnel wäre. Wo wäre ich dann? Denn ich will natürlich in diesen Tunnel. Er könnte irgendwo hier sein. Das wäre eine Idee. Oder halt irgendwo da oben. Er muss hier irgendwo am Rand sein. Denn es ist so, wenn man in diesen Tunnel hineingeht, dann kommt man in ein neues Gebiet. Also muss das Ding irgendwo am Rand sein. Denn wir sind hier gerade in den Slums. Wir befreien jetzt hier gerade die Slums. Königlich. So. Ah, noch einmal mit dem Hammer. Immer wieder schön. Was ist das eigentlich? Eisenrohr, wo ein bisschen Beton dran hängt. Als hätte man so eine Stromleitung rausgerissen aus der Straße. Was ist das? Was ist das? Was ist das?